Und wieder die Lautstärke total bescheuert ab gemixt Im Prinzip hat es keine Sprachausgabe, weil es so leise ist, dass man es sowieso nie verstehen würde. Was ist das? 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 auf zur nächsten insel wo man so viel gelabere wo ich gar nichts sagen kann das macht einen let's play ganz wir ja gut schauen wir mal kurz und um ist jetzt nicht so großartig 4 das nichts drin ich möchte keine zeit finden da hinten sind noch ein paar gänge und tunnel und weiß ich was werden wir alles noch erkunden aber erstmal auf die neue insel muss noch kochen tatsache das sollten wir natürlich noch machen beim wildgraspasta ziemlich gut ich werde in damen ein neues gericht kredenzen der liebeskoch ist bereit sprint stimmt deswegen wollte ich das so machen nice wow das bringt relativ viel wir nehmen es mal in dem charakter der wenig hat robben ja weinert verdammt namen hatte weniger ach egal aber menschen frittierter skorpion koma gegengift dafür ok frittierter skorpion sieht scheußlich aus dabei eine große energiequelle doch ja ordentlich viel energie geben mir brug damit dass seine sp technik wieder benutzen kann das war jetzt sehr enttäuschend sehr enttäuschend einmal auf das hier geben wir noch namen sie auch ein bisschen konkurrieren kann hier mit sp mit hp wie immer medikamente schadet ja auf jeden fall nicht wenn man ein paar von den bauen richtig bauen zusammen mixen wie auch immer und das können wir nicht auch gleich machen vielleicht steigt lissab dadurch irgendwie auf oder so keine ahnung aber moment ins lager nein steigt ja nicht auf entwicklung promise aus hiern dann gehen wir mal an land thumb und die insel sollte und dann etwas erinnern An etwas ganz Bestimmtes, was ihr auch auf meinem Kanal nachschauen könnt. Hä, wo sind wir? Ist kaum ein bisschen bekannt. Oh Mann. Na, ich glaube nicht. Yay, Insel Erinnerung. Und, wenn ihr euch erinnert, hier an dieser Stelle habe ich damals den goldenen Wal gefarmt. Da hinten ist schon ein Ding, okay. Ja, ich würde sagen, wir laufen mal ein bisschen mit Lysop rum. Wieso mit Lysop? Keine Ahnung. Lieber mit Sanji hier, der jetzt eine neue Attacke gelernt hat. Das war nicht die neue Attacke. Was hast du denn Neues gelernt? Äh, Sprint. Ah, ah. Oh, nice. Das ist ganz gut ein Auferzieh. Bam. Yeah. Oh, hier kommen schon CP9-Agenten. What the fuck are you doing here? Bam, 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 bam. Come on. Adelins hat sich leicht verändert, seit damals. Äh, bam. Und natürlich levelt man auch schneller hier. Dam, dam, dam. Dam. Sehr schön. Oh, so viele Gegner. Dam, 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 dam. Come on. Und, oh. Jetzt hat es nervig. Aber eine schöne Attacke, ehrlich gesagt. Bam, badam, bam. Ah, hier haben wir dann endlich, äh, schönes Zeug zum abbauen. Okay, 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 okay. Äh, ship. Das sollte auf jeden Fall einfaches für mich sein, dieses Level. Ich meine, man bedenkt, dass ich das Original-Level zu 100% durchgespielt habe. Bam, bam. So. Aber ich kann es natürlich trotzdem verkacken. Die Chance besteht immer. Bam. Bam. Come on. Aber es gibt auf jeden Fall ein paar Änderungen an der Insel. Ein paar deutliche Änderungen. Im Prinzip sieht es nur am Anfang genauso aus. Und dann ändert es sich komplett. Das hat nur die Küste. Ja, sagen wir es so. Nur die Küste von Fossil Beach ist erhalten geblieben. Au. Hey. Bam. Sehr schön. Was sagen wir mal damit an? Das waren ein paar schöne Proteine. Ein paar Bambus-Dinger. Die auch Bambus-Prossen sind ja auch ziemlich gesund. Und dann mehr. Bam, 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 bam. Nehmen wir auch mit. Bam. Natürlich. Why not? Right? Und was gibt es hier? Schub. Mehl. Okay. More Mehl. Not that we need any. Ein guter Bisschen brauchen wir davon schon. Da, da, da. Gehen wir hier hoch. Kann man hier überhaupt noch hoch? Ja, kann man noch hoch. Sehr schön. Und da gibt es etwas, das wir für die erste Insel noch brauchen. Äh. Da möchte ich ehrlich so drüber. Das auch noch abbauen. Äh. Ist nicht beinah nicht eingesammelt. Das wäre fäh gewesen. So, das nehme ich auch mit. Schub. Was ist da oben noch? Ah, leider kein, äh, andenken an den ersten Teil. Im Prinzip ist das jetzt der erste Teil dieser One-Piece-Spielereihe. Bam. Yeah. So. Ah. Ah, man kann, glaube ich, direkt zu dem Angelplatz hingehen. Das ist interessant. Auf jeden Fall nehmen wir ordentlich viel Bambus mit. Dum, dum, dum. Ah. Eins. Schuss. Nach oben. Yeah. Und wir haben, ah, Schulter. Äh. Okay, habe ich jetzt auch verschiedene. Äh. Ich sollte schon irgendwie die, äh, Attacken auch anordnen, richtig. Das heißt. Ähm. Ne. Bankett. Hier. So. Bam, bam, bam. Das habe ich beide neue Attacken. In einem Set. Das ist, glaube ich, auch relativ gut so. Äh. Ich sehe nichts. It's too bright in mein Zimmer. Dum, dum, dum. Okay. Kann man da immer noch? Ja. Immer noch schöne Pilze. Dum, dum. Was gibt es hier? Geheimnispilz. Yeah. Endlich. Wo geht es hier nochmal entlang? Hier müsste es jetzt eigentlich schon dann das neue Gebiet geben, wo komplett anders ist als damals. Äh. Das bringt nichts. Sanji. Muss das schon so, äh, kaputt machen? Ach. Steine brauche ich nicht. Stimmt. Ja. Hier steht alles unter Wasser. Dipp, da, dum. Hm. Ist das eine Sackgasse? Moment. Das ist Salzwasser. Ich nehme an, da gibt es eine Verbindung zum Meer. Vielleicht gibt es auch eine Verbindung zu den anderen Orten unter Wasser. Unter Wasser? Ich kann nicht schwimmen. Weißt du noch? Wir müssen nicht schwimmen. Wir benutzen einfach die Shark Submatch 3. Ach ja. Die hatte ich auch schon fast vergessen. Ich bin fast fertig mit der Repertor. Wenn du zu mehr, wenn das zu mehr führt, kommen wir von der Sunny aus hin. Juhu. Dann, das, das, da das nun geklärt ist, lasst uns bei allen und die Shark Submatch bereit machen. Okay, ich brauche Schnecken. Ah, ich brauche eine Teleschnecke. Okay. Denn, denn, Muschi. Da, da, da. Ach, da war noch einer. Gut. Wollte ich nämlich auch haben. Ich glaube, ich habe noch einen Stein vergessen, aber scheiß drauf. War hier noch was? Ja. Komm. Geben die immer einen Geheimnispilz. Das wäre sehr nett, irgendwie. Äh. So. Sieht so aus. Sieht fast so aus. Okay, das ist ein normaler Käfer. Kriegt ihr den überhaupt? Ich glaube, so nicht wirklich. No. Äh. Sanji. Ich habe schon das dritte oder vierte Mal versucht, das Ding hier einzufangen. Und dann klappt es ja nicht. Äh. Puh. Zuckerwarte. So klebrig und zuckrig. Daraus mache ich dein Lieblingsessen, Chopper. Ey, beruhig dich. Heilbonbon. Mir fiel gerade ein Medikament ein, das Kraft wiederherstellt. Das ist süß und lecker. Austarbonbon. Wow. Das ist Austar wiederherstellt. Okay. Nice. Wow. Und ein süßer Saft, offenbar hier. Jetzt tauchen die hier schon auf. What the fuck. Park. Okay. War da ein Pilz? Bam. Gehen wir mal mit. Explosives Steinfragment. Bomben werden wir hier wohl auch wieder brauchen. Deswegen keine Frage, dass ich die hier mitnehme. Aber das sind schon heftige Gegner. Für den Anfang. Wow. Dumm, 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 dumm. Es beginnt nicht so leicht wie sonst. Oh. Da kommen wir nicht so leicht rüber. Oh, auf der anderen Seite ist auch ein Weg. Ja, sieht so aus. Ich denke, dann werde ich hier eine Brücke bauen. Yay. Wow. Train. Next train stop. Okay. Wir brauchen noch einige Teile. Ich hasse euch. Weg hier. Kommt mal nicht. Schupp. Boing. Und hier runter rennen. Ja, ich würde sagen. Schauen wir mal kurz, ob wir da hinten irgendwo hinkommen. Aber das scheint es dann auch gewesen zu sein. Oder? Ne, Quatsch. Wir haben immer noch nicht das große Event hier. Und wir brauchen immer auch die Denden Muschi. Geht's hier hin. Denden Muschi. I need you. Okay, man kann hier immer noch hoch. Hier. Schön, wie sie das Level behalten haben, aber mehr Details reingemacht haben. Cool. Dum, dumm. I like this. Very much. Auch wenn es ein bisschen ruckelt. Jetzt kommt. Ne, lass mich. Let me. I want there. Okay. Gibt's auch mal sehr viele Karotten. Das nehmen wir natürlich mit. Äh. Ja, nehmen sie auch auf, bitte, Sanji. Ruckel, ruckel. Ach, das war, glaube ich, auch das Problem, wo ich beim SP-Teil hatte. Ich fand auch, dass er ziemlich geruckelt hat. Aber okay. An den wenigen Stellen geht das dann schon mal klar. Dab, 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 dab. Das ist wohl dann der Preis für die mehr Details, die es hier gibt. Bam. Yay. Und hier haben sie auch die Sprungmassage weggemacht. Okay. Bisschen verändert haben sie es dann doch. Naja. Ich würde sagen, so weit war es das dann von mir. Falls es euch gefallen hat, liken. Falls es euch sehr gefallen hat, abonnieren. Dann wünsche ich mir viel Spaß in meinem anderen Last Place. Ciao, Leute.